Die kommen gerade vom Landtag und haben gesehen, dass sie einen Wahlspot für die kommende Landtagswahl gedreht haben. Ja, das stimmt. Wir sind von der Basis. Wir haben uns formiert am 4. Juli 2020, also gegründet. Und jetzt ist die Landtagswahl und wir versuchen dann natürlich reinzukommen. Für was steht die Basis und wie ist denn Ihr Programm? Die Basis steht für Achtsamkeit, Machtbegrenzung, Volksentscheide und für die Freiheit. Und unser Wahlprogramm, es sind so viele Sachen, also da haben Sie ja alle verschiedenen Bereiche. Deswegen würde ich sagen, müssten Sie sich einfach bei uns auf der Webseite www.diebasis-bayern.de, da können Sie unser ganzes Programm auch selbst sich anschauen. Sie kandidieren für den Bayerischen Landtag. Warum sollen die Bürger Sie denn wählen? Weil wir die momentan einzige Partei neben der AfD und vielleicht der Linken sind oder der ÖDP, die wirklich für sowohl Nachhaltigkeit als auch für Volksentscheide und für eine bessere Welt einstehen und das auch umsetzen. Also die jetzigen sieht man ja, dass die sehr, leider Gottes, wirklich, ja, ich würde sagen Lobbyismus, man kann es auch Korruption nennen, aber es ist wirklich sehr viel Lobbyismus in der momentanen Zeit dabei und wir sind absolut gegen Lobbyismus. Und woher glauben Sie, dass Ihre Wähler kommen? Ich denke mal sowohl von den Grünen, weil wir wirklich für Nachhaltigkeit sind und zwar richtige Nachhaltigkeit. Das ist ja jetzt, ist es ja rein Geld, Geld, Geld mache und der Herr Habeck, sehen Sie ja, was der macht. Und wenn die Grünen weiter in dieses Fahrwasser gehen, dann hat das nichts mehr mit wirklich Grün zu tun, sondern es ist, ja, betrüpplich. Und wir sind halt wirkliche FDPler, wir sind für den Mittelstand, also wir stehen für den Mittelstand ein. Also ein Herr Lindner, der heute das Fähnchen in den Westen hängt und morgen in den Osten, das geht natürlich auch nicht. Also und CSU, CDU ist leider auch nicht mehr wirklich das, was es mal war. Und die SPD ist auch nicht mehr für die Menschen, sondern, also es ist, wir haben wirklich meiner Meinung nach oder ja, unserer Meinung nach, also vorwiegend meiner Meinung nach natürlich, haben wir wirklich ein Gruselkabinett. Also vielleicht würden die im, ja, ich glaube, im Oktoberfest werden die hervorragend geeignet für die Geisterbahn. Also das weiß ich nicht, weil letztendlich, wenn diese Partei mutiert ist, zu einer Gruselpartei, dann denke ich mal, werden wahrscheinlich einige Wähler zu uns rübergehen. Aber das bleibt den Menschen überlassen, weil sie wählen. Und ich meine, ich würde immer nur die Basis wählen, weil alle anderen kann man momentan nicht mehr wählen. Leider. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Ich finde es großartig, dass auch alternative Medien wie LFM wirklich sich zu Parteien oder einfach wach sind und mit Wachsamkeit durch das Leben gehen und wirklich wahrhaftiger Journalismus hier geschieht. Vielen Dank dafür. Es braucht es wieder. Es braucht wirklich guten Journalismus.